Ja, danke für die Begrüßung. Hallo, ich bin Tomate. Ich freue mich hier zu sein, glaube ich. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ich bin heute Morgen 5 Uhr aufgerichtet oder 6 Uhr unterwegs. Ich dachte, 9 Kilometer Autofahren wäre eine total gute Idee. Und zwei Vorträge an einem Tag zu halten. Ja, Verschlüssel die Revolution. Ich habe mir in den letzten Wochen ein bisschen Gedanken gemacht über das ganze Snowden-Gelieke, über wie wir mit Verschlüsselung umgehen, wie wir mit dem Problem Geheimdiensten umgehen. Und bin eigentlich vor allem sauer. Jeder kennt dieses Bild von der Marianne auf den Barrikaden bei der Französischen Revolution. Und das ist irgendwie unsere Idealvorstellung von einer Revolution, irgendwie siegreich, die Fahne schwenkend. Die Barrikade erklimmt und den Feind niederschlagen. Das ist auch eine ganz tolle Geschichte. Leider vergessen wir dabei, dass hinter dem Bild, was wir nicht sehen, gerade mehrere tausend Menschen getötet werden. Dass vor dem Bild, das wir auch nicht sehen, mehrere tausend Menschen getötet werden und überall vor allem Blut fließt. Denn die wenigsten Revolutionen sind friedlich. Und wenn wir gerade so zuhören, während irgendwie Geheimdienstskandal nach Geheimdienstskandal aufpoppt, reden immer mehr Menschen von, wir bräuchten mal eine Revolution, um die Geheimdienste in den Zaum zu halten. Und da wäre ich dann echt ein bisschen grandelig, wie wir so schön dazu sagen. Ich habe in den letzten Jahren Menschen mitbekommen, die ihre Revolution gekämpft haben im arabischen Raum. Die meisten davon sind draufgegangen dabei und haben das nicht gesehen. Andere, die wir als erfolgreich geachtet haben, sind dann auch grundlegend schiefgegangen im Nachgang. Das hat alles nichts mit diesem Idealbild, das wir seit vielen, vielen Jahren in unseren Köpfen haben, zu tun. Und wir werden noch ein paar mehr Bilder dekonstruieren, der wir uns Revolution vorstellen. Wenn wir uns Revolution anschauen, aktuell das, was wir arabischen Frühling nennen, das ist schon das erste Problem dabei. Das ist nämlich kein arabischer Frühling, das ist ein westlicher Begriff, der dafür da ist, den Orient zu romantisieren. So, ah, endlich, die Wilden erheben sich und kriegen das mal hin. Nein, Revolutionen sind eben nicht romantisch. Und wenn wir uns das anschauen, in zwei Ländern herrscht Bürgerkrieg, wo Revolutionen losgingen. Und in einem dritten wurde gerade der Präsident, der gewählt worden ist, der danach abgesetzt worden ist, von mir her gerade heute zum Tode verurteilt. Revolutionen machen keinen Spaß. Und wir reden darüber, wegen Geheimdiensten Revolutionen zu machen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Vor allem, wenn wir uns überlegen, dass Revolutionen eigentlich eher so aussehen. Das sind die ersten Soldaten der Roten Armee, kurz bevor sie in Russland anfingen, Menschen umzubringen, die nämlich nicht dem Bolschewismus frönen wollten. Wir haben ähnliche Bilder aus der Geschichte über Revolutionsgarden im Iran, die Menschen umbrachten. Wir haben solche Bilder aus fast allen Ländern, wo Revolutionen stattfanden. Es gab nur ganz wenige friedliche. 1989, die Proteste in der DDR, dass das nicht blutig niedergeschlagen worden ist, lag nur daran, dass Gorbatschow sich gewagt hat, Panzer zu schicken. Und nicht daran, dass die DDR das nicht wollte. Wir haben noch eine weitere friedliche Revolution, wie es so schön heißt. Das war die in Indien, weil Gandhi auf Gewalt verzichtet hat. Aber die Briten haben trotzdem Tausende in der umgebracht. Das vergessen wir gerne, wenn wir davon sprechen. Und auch während den friedlichen Protesten 1989 gingen ganz viele Menschen in die Knäste von der Stasi. nach den Demonstrationen und davor. Das haben wir noch nicht mitbekommen. Das klingt zwar als total friedlich, aber trotzdem sind Menschen dabei draufgegangen. Nicht, weil sie an Altersschwäche gestorben sind, sondern weil andere sie umgebracht haben. Und jetzt reden wir davon, nachdem Edward Snowden uns geleakt hat, dass die Geheimdienste alles überwachen, dass wir mal eine Revolution bräuchten, weil es Geheimdienste gibt. Das ist natürlich auch grundlegend falsch. Geheimdienste gibt es seit 3400 vor Christus. Und keine Revolution hat sie jemals entsorgt bisher. Wenn wir uns das anschauen, I can't allow the US government to destroy privacy and basic liberties, dann meinte er vor allem die von US-Amerikanern und nicht die vom Rest Europas oder der Welt. Und wir stellen Snowden hin und feiern ihn als den großen Helden für das, was er getan hat. Ja, das war eine mutige Tat. Aber nein, es ging ihm dabei nicht um Europa. Es ging ihm dabei um US-Amerikaner. Und es hatte Erfolg. Im Kongress wurde das Abhörprogramm, das die NSA benutzt, um Amerikaner abzuhören, gestrichen. Das hat kein Budget mehr bekommen. Der Rest läuft ganz normal weiter wie vorher auch. Und trotzdem stellen wir uns hin und sagen irgendwie, wir brauchen ein Bett für Snowden. Wir stellen ihm Büsten hin und hängen überall Fotos von ihm auf. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die machen Kunst mit seinem Konterfeind. Ich denke mir so, was soll das? Ja, Snowden sitzt in Russland. Nein, das ist nicht cool. Aber es war die größte Asylkampagne, die Deutschland je gesehen hat. Das Bitte daran ist, dass ein Russland in relativer Sicherheit sitzt, während andere Menschen auf dem Mittelmeer in Booten verrecken, denen wir keinen Asyl gewinnen, denen wir kein Bett anbieten. Und das soll unsere Revolution sein? Ich bin mir da nicht ganz sicher darüber. Und ich denke mir eher so, solche Büsten, das ist zwar ein nettes Symbol. Und gerade stehen am Alexanderplatz vier Stühle. Einer für Snowden, einer für Manning und einer für Assange. Und einer ist leer für den unbekannten Whistleblower. Und ja, das sind Menschen, die haben mutige Taten vollbracht. Definitiv, ich will das nicht kleinreden. Ich weiß nicht, ob ich mich das trauen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich hinstellen würde und Staatsgeheimnisse an die Öffentlichkeit geben würde, weil danach ist halt ein Rennen angesagt. Aber keiner von diesen Menschen musste fliehen. Sie haben sich freiwillig entschieden, das zu leaken. Und das ist eine unglaubliche Tat, nach wie vor. Und wir schaffen es nicht, die Handlung von der Person zu trennen. Die Handlung des Leakens kann ganz fantastisch sein. Wir kennen das auch von Wikileaks noch. Die Leaks sind großartig. Sie bringen uns Details ans Tageslicht, die wir auch vermutet haben, aber nicht glauben wollten, dass es wirklich so ist. Wir haben Collateral Murder. Das Video war eine Wende in der Kriegsberichterstattung und im Umgang mit Kriegsberichterstattung. Die Afghanistan War Diaries waren auch eine Wende in der Kriegsberichterstattung. Das aber nicht das Handeln, das sonstige Handeln von Assange irgendwie gerechtfertigt hat. Aber wir stellen ihm Statuen auf den Alexanderplatz in Berlin und die tourt jetzt gerade durch die Welt. oder wir bieten Snowden ein Bett an und stellen plötzlich Forderungen, die nicht neu sind in der Politik. Also irgendwie Menschen Asyl zu gewähren, das ist keine neue Forderung. Wir hatten mal ein sehr gutes Asyl, also nein, ein gutes, nicht sehr gut, ein gutes Asylsystem gehabt, bis zum großen Asylkompromiss, den Rot-Grün ausgehandelt hat, als in Lichtenhagen Asylbewerberheime brannten. Da stand niemand da und bot den Menschen, die auch geflohen sind, ein Bett an. Und wir müssen uns vielleicht überlegen, was ist eine Politik, die wir machen wollen, tagtäglich, sinnvoller. Und viele von uns machen Kampagne gegen Geheimdienste, das ist super, das ist auch wichtig. Und wir erklären das mit Privatsphäre, mit irgendwie, meine Daten gehören mir und die meisten Menschen verstehen uns nicht. Das ist schade. Das ist sehr schade. John Oliver hat es richtig gemacht. Er hat mich gefragt, kann they see my penis? Und er hat einfach bei den ganzen Programmen gefragt, ist mir egal, können die meinen Penis sehen? Und raus kam bei den meisten Sachen, ja, sie können meinen Penis sehen, wenn du ein Penisbild von dir verschickt hast. Woraufhin dann auch bei Umfragen von verlaufender Kamera von John Oliver, die Leute sagten, oh mein Gott, sie können meinen Penis sehen, das will ich alles nicht. Vorher war das alles völlig egal gewesen. Aber das war ein Thema, das die Menschen plötzlich berührt hat. Das war wichtig für die Leute. Das war so der Punkt, oh, okay, das ist ja wirklich meine Privatsphäre, weil für die meisten Menschen ist das Privateste in der Unterhose. Und all unsere Kampagnen gehen halt irgendwie auf digitale Bürgerrechte und Privatsphäre. Und das ist für die meisten ein ganz abstrakter Begriff, den sie überhaupt nicht richtig verwenden können, weil sie die Abwesenheit davon überhaupt nicht spüren. Also gar nicht spüren, weil es sie erst mal vermutlich nicht betrifft. Denn Geheimdienste neigen dazu, zwar zu überwachen, aber im Regelfall, also ich glaube, die meisten hier in dem Raum brauchen sich gar nicht so wirklich Sorgen zu machen. Ich weiß, das ist eine gewagte These. Ich mag gewagte Thesen. Und auf die These bin ich gekommen, nachdem ich mir mal die Geschichte Geheimdienste angeguckt habe. Genauer, länger. Und es ging immer dann die Überwachung los, wenn es um soziale Bewegung ging. Seit Martin Luther King, nein, seit den Sofragetten eigentlich, seit die Damen in England für ihr Frauenwahlrecht gekämpft haben, hat Scotland Yard von ihnen Fotos gemacht und dann die Köpfe auf Fotos von Nackttänzerinnen montiert und das an Zeitung schickt. Das war vor 90 Jahren. Die Methoden sind immer noch die gleichen geblieben. Keine Revolution irgendwo hat das jemals geändert. Übrigens. Und nach 90 Jahren hat Scotland Yard sich endlich entschieden, sich mal dafür zu entschuldigen, dass sie diese Frauen das kritisiert haben. Und trotz der Versuche, ist es geglückt. Martin Luther King Jr. wurde ich glaube sechs Jahre lang vom FBI überwacht. Man versucht ihn in Schmutz zu ziehen und zu kreditieren, damit er nicht die schwarze Bürgerrechtsbewegung weiterhin anführen würde in den Staaten, damit seinen Worten kein Glauben geschenkt wird und er hat gewonnen. Das FBI hat es versucht mit gefälschten Fotos, gefälschten Tonaufnahmen aber nichts hat gefruchtet gehabt. Aber das sind halt Menschen, die wurden halt wirklich, also das sind Situationen, wo wirklich konkret überwacht wird. Ein Freund von mir hat in Aleppo gelebt und hat Demonstrationen gegen Assad organisiert. Er wurde wirklich überwacht und er ist nicht mehr da. Das ist Überwachung. Überwachung tötet. Was wir über Überwachung erfahren, bringt uns nicht um. Das ist nicht schön, aber es bedroht nicht unser Leben. Jedes Leben eines Hartz-IV-beziehenden Menschen ist konkreter bedroht als von den meisten Menschen, die irgendwie arbeiten gehen und einen normalen Job haben. Weil die werden auch täglich überwacht, die werden eingeschränkt, den ganzen Tag über. Die dürfen ihren Landkreis nicht verlassen, sie dürfen nicht zu viel Privatbesitz haben und sie dürfen oft nicht meinen Partner haben, weil dessen Gelder mit angerechnet werden. Das ist konkrete Überwachung. Und das ist auch Überwachung, die Menschen in den Tod treibt und auch schon mehrfach getrieben hat. Da warte ich immer auf die Kampagne. Da warte ich auf das Revolutionsbedürfnis, das abzuschaffen. Ist noch nicht da. Ist ein bisschen ärgerlich. Ja, wir haben einen BND, der auch alles dafür tut, weiterhin mit befreundeten Geheimdiensten Daten austauschen zu können. Ich mag das Wort befreundete Geheimdienste. Die Geheimdienste hassen sich. Das ist ihr Job, sich zu hassen. Die sind nicht befreundet. Aber wir haben dann diesen befreundeten Geheimdienste, denen geben wir Daten, dafür kriegen wir wiederum Daten, die sie jeweils eigentlich nicht erheben dürften. Aber weil sie dann aus dem Ausland gekommen ist, ist das Auslandsspionage und deswegen dürfen sie es haben. Und dann ist die Idee irgendwie, man könnte die ja besser kontrollieren. Der Verfassungsschutz ist besser kontrolliert, hat zehn Jahre lang kläglich versagt. Kläglichst. Zehn Jahre lang konnte eine Terrorgruppe mordend durch Deutschland ziehen und hat Leute umgebracht und zehn Jahre lang hat der Verfassungsschutz, der kontrolliert ist, es nicht hinbekommen, sie zu finden. Und jetzt wollen wir den BND besser kontrollieren, der ja als Geheimdienst total transparent arbeitet und jeder kriegt mit, was er tut. Nein, es ist der Job vom BND, im Geheimen zu arbeiten, der ist ein verdammter Geheimdienst. Wenn er im öffentlichen arbeitet, ist es nur noch ein Dienst und damit nutzlos. Ja, also das ist, ich glaube, dass selbst das Kanzleramt nicht genau weiß, was der Geheimdienst tut. Der BND steht in der Tradition von alten Wehrmachts und SS-S-Soldaten. Der Gründer des BND Gehlen war ein Wehrmachtsoffizier, die Abteilung Fremde Heere Ost geleitet und hat diesen Dienst aufgebaut in Pullach, als er noch für die Amerikaner gearbeitet hat nach dem Krieg. Und er saß schon bei Arnenauer im Kabinett, als es den BND noch gar nicht gab. Er hat sich da einfach mit reingesetzt, als Geheimdienstler. Und in Protokollen taucht das nicht auf, wir wissen es nur aus seiner Biografie, die er später geschrieben hat, die übrigens echt dröge zu lesen ist. Kann ich nicht empfehlen. Der BND selbst hat 2011 erst angefangen, seine SS- und Wehrmachtsvergangenheit aufzuarbeiten und bis heute ist er noch zu keinem Ergebnis gekommen. In den Handbüchern, es wurden mal welche durch Zufall veröffentlicht, irgendwo, in einem kleinen Infoladen in Süddeutschland lagen plötzlich die Handbücher rum, sind noch teilweise Originalpassagen aus den alten Wehrmachtshandbüchern enthalten. Und in dieser Tradition steht ein Geheimdienst, der für das Land, in dem wir gerade leben und gerade sind, arbeitet und den man dann ein bisschen besser kontrollieren will. Das reicht nicht. Es gibt großartig kontrollierte Geheimdienste. Es gab zum Beispiel einen, der direkt kontrolliert worden ist und das war der der Bolschewiki. Lenin hat ihn direkt kontrolliert. Der hat mehrere zehntausend Menschen umgebracht und hat dafür dann später von Stalin noch eine Belobigung erhalten und eine sieben Meter große Bronze-Statue in Moskau, die erst 1991 gestürzt worden ist. Er war ein Kämpfer für den Kommunismus, hat Geld gesammelt, um den Antikommunismus zu steuern weltweit und er war kontrolliert. Ganz bewusst. Das war ein kontrollierter Geheimdienst. Die Regierung wusste, was er tut. Es war trotzdem nicht besser. Und wir haben so schön diese Plakate Mutti ist watching you. Mutti macht einen Scheiß. Mutti ist es nämlich scheißegal. Merkel könnte nichts egaler sein, als ob wir alle überwacht werden oder nicht. Solange ihr Telefon nicht überwacht ist. Das ist das Wichtige dabei. Mutti ist watching you, da hängen auch draußen Plakate und ich habe mich kurz darüber aufgeregt und war kurz davor sie runter zu reißen. Weil das tut sie halt nicht. Sie steht halt nur da und guckt zu. Während irgendwie der Rest der Regierung wild vor sich hin rotiert und was von No Spy Abkommen erzählt, die es dann doch nicht gibt, weil sie nie gewollt waren von der anderen Seite und eigentlich ist es auch echt egal. Die Regierung kommt immer mit Ja, aber der Terror ist hausgemacht. Der Terror, der auf die westliche Welt niederprasselt, ist ein Terror, der nach vielen, vielen Jahrhunderten Unterdrückung das Ventil geworden ist. muss sich kein Land der Welt wundern, dass plötzlich irgendwelche religiösen Fanatiker ausrasten und anfangen Flugzeuge in Türme reinzufliegen und irgendwelche Sachen wegzusprengen. Denn in all dem manifestiert sich Jahrhunderte der Ausbeutung und es muss sich auch keiner wundern, dass junge Menschen aus Deutschland oder aus anderen Ländern denen beitreten, dem IS beitreten und anfangen Leute abzuschlachten. Denn das ist mehr Option, als sie sonst im Leben gerade haben. Wir haben gerade eine Generation junger Menschen, die um die Zukunft betrogen worden ist, die um Mitbestimmung betrogen worden ist, denn wir merken ja, Wahlen ändern nichts. Es ist völlig egal, ob ich letztes Mal CDU oder SPD gewählt habe, ich habe CDU bekommen. Und es ist auch in Hessen völlig egal, ob ich CDU oder Grüne wähle, ich habe CDU gekriegt, weil es nämlich egal ist. Und es gibt Menschen, gerade viele junge Menschen, die nicht mehr viele Perspektiven haben, weil die Arbeitsmärkte brechen weg, Sozialsystem ist scheiße und man wird immer gesagt, ja, ihr habt ja eh keine Zukunft und da ist etwas, wo sie eine Zukunft bekommen. Die hat zwar mit Verbrechen und Blut zu tun, aber es ist mehr Zukunft, als wir ihnen gerade bieten können. Wo bleibt da die Revolution? Um vielleicht das Sozialsystem zu revolutionieren oder den Arbeitsmarkt oder die Revolution im Steuergesetz Wesen mal die Deutsche Bank ordentlich zu besteuern. Die kommen alle nicht. Und das macht mich sauer, macht mich wirklich sauer, ja, also so richtig und dann ist aber Mutti watching us, die einfach das macht, was sie immer tut, alles aussitzen. Ich meine, sie hat in all den Jahren, die Frau Merkel Kanzlerin ist, hat sie nicht aktiv gehandelt. Sie lesen noch alle Nachrichten und schauen uns ihre Videos an, hoffe ich doch schwer, und lesen ihre Reden und dann kommt halt einfach nichts. Dann kommt ein großer Sack Worthülsen, wenn man den piekst, kommt dann noch warme Luft mit raus. Und für sie ist es total bequem. Aber es ist auch für uns bequem. Wir haben uns in diesem System eingerichtet, das seit Jahren aus Überwachung besteht. Rasterfahndung, wer kennt das noch? Hände hoch. Die gibt es immer noch. Rasterfahndung wurde eingeführt zu Zeiten des RAF-Terrors, um RAF-Terroristinnen und Terroristen zu schnappen. Seit dem bestehenden Rasterfahndung gab es zwei Fälle. Einmal konspirative Wohnung in Frankfurt, ausgehoben worden ist, noch direkt von der RAF. Der zweite Fall ist 2001 vor Gericht gegangen und aus mangelnden Beweisen eingestellt worden. Das sind die Erfolge von mehr als 30 Jahren Rasterfahndung. Mehr als 30 Jahre konkrete Überwachung und Zusammenführen von Daten, das sind die Erfolge davon? Und sollen die Geheimdienste mehr leisten können? Wenn sie noch mehr Befugnisse haben? Ich glaube nicht. Aber Rasterfahndung interessiert niemanden so wirklich. Ich habe seit langem kein Protestschreiben mehr gegen die Rasterfahndung gelesen. Und ich glaube da kommt auch keins mehr. Weil da haben wir uns dran gewöhnt. Die tut nicht weh, die ist halt da. Es ist einfacher sich stundenlang Gedanken über das Bild auf der Gesundheitskarte zu machen als über die Rasterfahndung die ja konkret in einem Polizeigesetz eines Landes drinsteht und zwar in allen Bundesländern und wo man konkret sogar vielleicht was tun könnte, weil es viel einfacher ist, weil es in einem Gesetz drinsteht, dass man einfach nur streichen muss. Ne, das ist irgendwie dann lieber ein Aufkleber, ein Bett für Snowden irgendwann an der Wand gepappt, das ist genug Aktivismus für heute. Das muss jetzt auch reichen, ich habe jetzt nämlich Rückenschmerzen. Und so ein Gesetz ändern, das ist ja Arbeit, das sind dicke Bretter. Geheimdienst kontrollieren, das sind auch dicke Bretter, und zwar so dicke, dass wir sie niemals bohren können. Und dann kommt wieder die Revolutionsromantik und wir lesen ganz viel Zitate von diesem Film zum Beispiel. Und das Spannende ist aber, dass wir dann ganz tolle Anti-Überwachungs-Videos machen, die gesichtslos sind, die stimmungslos sind, die niemanden so wirklich betreffen und trainieren das mit Anonymous-Masken, die eigentlich einen Menschen zeigen, der ein gewähltes Parlament in die Luft sprengen wollte, weil er die Monarchie wieder einführen wollte. Das ist das Symbol unserer Revolution. Ein Monarchist. Ganz großes Kino. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als nochmal Kaiser Wilhelm zu haben. Läuft bestimmt super. Anonymität ist einer Revolution nichts wert, weil eine Revolution ohne Gesichter kann nicht funktionieren. Eine Revolution ohne Gesichter, der fehlt, der Drive, der fehlt, Herz dahinter. Gandhis Revolution war erfolgreich nicht, weil er sich in einer Maske versteckt hat, sondern weil er da stand, als Person, anfassbar, erlebbar und der konkretes Leiden vorweisen konnte durch die Briten. Und deswegen sind die Menschen gefolgt. In Ägypten gingen die Menschen auf die Straße, weil ein junges Mädchen stand, das in der Kamera geschimpft hat, dass sie und ihre zwei Freundinnen beim Demonstrieren gegen Korruption von Polizisten fast vergewaltigt worden sind. Und wenn Männer Männer sind, kommen sie morgen auf den Tahirplatz und passen auf sie und ihre zwei Freundinnen auf. Und das haben sie gemacht. Und daraus ist dann eine große Revolution geworden, die einen Präsidenten gestürzt hat, der einen riesen Militärapparat hinter sich hatte. So werden Revolutionen gemacht. Mit Menschen aus Fleisch und Blut. Nicht mit Masken vor uns im Gesicht, die eigentlich nur dem Kapital dienen und sonst niemanden. Denn jede dieser Masken, die verkauft wird, verdient ein Filmstudio mit. Jede dieser Masken wird in menschenunwürdigen Bedingungen in China hergestellt, mit giftigen Dämpfen und Menschen erkranken daran, dafür, dass wir ein Symbol für unsere Revolution bekommen. Das kann es doch nicht sein. So eine Revolution möchte ich auch nicht. Die finde ich nämlich unangenehm. Der Comic dazu ist prinzipiell erstmal ein guter Comic. Ich finde halt die Bildsprache schlecht gewählt. Mit der Guy-Fawkes-Maske. Weil ich glaube, dass das Sprengen von Parlamentariern und Parlamentariern bedingt gut ist. Eher nicht, wenn man eine Monarchie einführen möchte. Glaube ich ganz fest dran. Und dann aber auch haben wir noch natürlich neben ganz vielen Texten, also Walls of Text, die wir schreiben über Privatsphäre und warum Geheimnis böse sind, die aber halt irgendwie too long didn't read. Das geht nicht nur uns so, das geht auch vielen anderen Menschen da draußen so. Wir haben alle die Aufmerksamkeitsspanne von einem Floh. Länger ist nicht drinnen. Dann haben wir uns überlegt, ha, Künstlerinnen und Künstler. Die Kunst als Transport für Politik total wichtig. Nicht umsonst wurde oft genug Kunst verboten und da denkt man sich, hey, vielleicht schaffen es ja die Theatermenschen oder die bildenden Künstlerinnen und Künstler lang kommen Snowden-Statuen bei raus. Als Symbol gegen die Überwachung. Dann kommen T-Shirts mit Snowdens Bild drauf als Symbol gegen die Überwachung. Oder aber es kommen solche Webseiten raus, die dann, wenn man dann da durchscrollt, das ist ein Projekt hier vom Schauspiel Köln, wenn man da durchscrollt, stellt man fest, dass es um Personen geht, das ist ja erst mal prinzipiell in Ordnung und dann geht es aber halt vor allem um Assange. Das ist schwierig. Es geht zum Glück auch um Chelsea Manning, das finde ich sehr gut. Und um ihren Kampf im Gefängnis. Es geht auch um Edward Snowden, vor allem um sein nicht mehr Zuhause sein können, was aber irgendwie am Kern des Problems vorbeigeht. Aber ich werde das Projekt ausprobieren, denn man kann sich dann live überwachen lassen. Ich probiere das mal aus demnächst. Da gibt es eine Webseite, supernerds.tv. Wird auch im Fernsehen übertragen, der ganze Spaß. Ich finde das als Projekt sehr gut. Ich finde die Ausgestaltung eher so meh. Dann gibt es so was wie Kunstwerke, wo eine Drohne rumfliegt mit einem Zettel Papier dran und ich verstehe es nicht, was mir das sagen soll. Oder es sind irgendwo Pappkameras aufgehängt. Ich denke mir so, was macht jetzt die Pappkamera? Das ist ja schön, jetzt hängt hier eine Pappkamera, soll sagen, ich werde überwacht. Von wem? Warum? Mit welchem Ziel? Wenn ich ein Kunstwerk sehe, möchte ich nicht erst noch einen dreiseitigen Zettel lesen, wo drin steht, warum das jetzt irgendwie mich inspirieren soll oder mich berühren soll und vielleicht auch politisch bilden soll. Kunst ist manchmal auch so gedacht, aber wenn es konkret werden sollte, dann brauchen wir so Bilder wie die Marianne auf der Barrikade, weil das versteht jeder. Nun denn, wir sind überwacht und wir haben das immer noch nicht irgendwie los und dann haben wir uns überlegt allesamt so Verschlüsselung. Das ist übrigens, wenn man Cryptography googelt, eins der ersten Symbol, weil ich finde das sehr fantastisch. Ja, so ein paar Leiterplatten, eine transparente Weltkugel und ein Schloss, wissen wir alle, Kryptographie funktioniert, können wir, und ich kriege jetzt den neuesten E-Mails, wo ich eingeladen werde auf einen Kaffee, die kriege ich, wenn ich unterwegs bin, dann kann ich sie nicht lesen, weil sie das PGP verschlüsselt, dann ist sie von meinem Vater und ich muss dann zu Hause erstmal den richtigen Key raussuchen, weil er immer einen anderen benutzt, weil ich habe zu viele davon und ja, dann frage ich mich aber so, okay, jetzt verschlüsseln wir alle unsere E-Mails, das ist prinzipiell erstmal eine gute Idee, denken wir, und dann frage ich mich aber hierherum, wo ist das revolutionäre Moment, weil was wir gerade machen ist, wir verstecken uns, wir nehmen das hin, dass das so ist und verstecken uns und gehen in den Untergrund damit. Und was kommt dann? Jetzt sitzen wir alle im Untergrund, verschlüsseln alles brav und die Geheimdienste können nicht mehr mitlesen und jetzt werden dann noch all die überwacht, die das nicht beherrschen. All die, die sich das nicht leisten können, sich das Wissen anzueignen, weil sie vielleicht einen Überlebenskampf kämpfen müssen, weil sie an der Tafel anstehen müssen, stundenlang, um ihre Kinder zu ernähren oder um sich selbst zu ernähren. Oder mal wieder auf dem Hartz-IV-Amt sitzen und warten, dass sie ein Okay, sie waren da bekommen, die nicht zu einer Kryptoparty gehen können. Die sind außen vor und das sind die, die eh schon überwacht werden, also konkret. Die konkret staatliche Repressionen erfahren und wir sitzen im Untergrund und verabreden uns auf einen Kaffee. Ich glaube, das kann es nicht sein. Und während wir dann also im Untergrund sitzen und uns eine Kaffeeinladung verschlüsseln und uns verschlüsselte Urlaubsbilder schicken, baut der BND in Ruhe sein Gebäude fertig, mitten in Berlin. Da steht in Ruhe in der Nähe von Darmstadt, der Deggerkomplex, darin wird abgehört. Bad Aibling Abhörstation ist da. Und dann macht man Spaziergänge, um ja nicht der Staatsgewalt zu stark aufzufallen als Protest. Spaziergänge als Protest hat sich Pegida auch überlegt, funktioniert super. Wissen wir alle. So fünf Leute an einem Gebäude vorbeispazieren, top, funktioniert gut. Das Gebäude, man hat sich ja gedacht, ein paar sagen sich, haha, klauen wir wenigstens die Wasserhähne. Ich fand das ja kurzzeitig sehr lustig und jetzt wurden neue Wasserhähne gekauft und das Geld wird woanders hergenommen, aus einem anderen Topf. Schule, Jugend, Jugendfürsorge, Sozialhilfe, ich weiß es nicht, aus irgendeinem Topf kommt das, bestimmt nicht der Militärtopf, weil der wird nicht angerührt dafür, wir müssen nämlich neue G36 kaufen oder was, oder Nachfolgemodelle. Also sparen wir da, wo es nicht so wichtig ist, um die harte Infrastruktur am Laufen zu halten und Geheimdienste sind harte Infrastruktur, weil damit sind wir während der Welt mit Geheimdiensten. Ich finde es ja, es wird uns gut zu Gesicht stehen, wenn wir jetzt mit Fackeln und Mistgabeln vor diesem Gebäuden ständen und das Schlimme ist, ich schimpfe hier mit euch und kann mich selbst nicht ausnehmen. Ich fühle mich auch viel zu faul und ich habe Rücken und es regnet manchmal und es demonstrieren Scheiße und außerdem, wenn man irgendwie Sachen anzündet, dann kann man noch erwischt werden, dann geht man vielleicht ins Gefängnis für, aber das ist, was Revolution ausmacht. Sich hinstellen und vielleicht was einstehen mit aller Konsequenz und momentan, wenn wir verschlüsseln, sind wir nicht bereit, Konsequenzen zu tragen. Vielen herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.